so hallo leute heute zweite wochenende in neustadt auf dem juligunde weihnachtsmarkt und ist schon ein bisschen was los wir haben gerade aufgemacht es gibt schon waffeln der glühwein ist warm und wir haben eine neue aufbautechnik für die vielen bonbons die wir haben weil die bonbons sind voll der magnet genauso natürlich wie unseren honig waldblüte akazien und was wir auch immer sehr gerne empfehlen ist natürlich weil da nichts drin ist außer akazienhonig kakao und 40 prozent haben ist gerne und ein bisschen bourbon vanille sonst gar nichts und die schmeckt fantastisch und gleich nebendran haben wir noch was ganz besonderes auf den den api mix imkerschatz da ist alles gute drin vom bienenvolk das zeigt ich euch mal ganz genau hier ist es nicht aber drehen wir noch ein bisschen weiter hier sind die inhaltsstoffe nur blütenhonig blütenkollen aufgeschlossener schwey royal und ein bisschen aromatextrat von holen also richtig fein und alles aus biologischem anbau ein fantastisches produkt ein glas aufgemacht ja und dann ist es ziemlich schnell mal leer so und was wir auch noch ganz speziell neu haben ist manuka honig mit 100 mgo aber wir haben jetzt schon lernen müssen dass wir vielleicht auch die anderen stärken brauchen damit das richtig anerkannt ist weil die leute kennen das und setzen das auch ein benutzen das aber die wo es einsetzen und benutzen die wissen ganz genau was er wollen da wird dann immer keiner gesagt ich habe 400 mgo und ich habe 800 mgo und schon nun ja da müssen wir uns noch ein bisschen gedanken machen aber er geht schon mal der ist gut ok das war es erstmal bis zum noch einen kurzen rundblick natürlich hier zu unseren lieben weihnachtsmarktnachbarn da drüben gibt es einen supergeilen kakao glühmäh und hier drüben noch ein feinstes schnäppchen vom krack da heute gönnen wir uns auch wieder was bis bald ciao